Hallo herzlichen Glückwunsch, das war's Part 2. Ich hab ja gesagt, dass ich auf jeden Fall mein Urlaub noch die Videos machen und hochladen werde. Weil das ja gerne auch durch haben würde, bevor die Ruhe vorbei ist. Und weil das durch und vor der Ruhe vorbei ist, dann werde ich ja auch wahrscheinlich, ähm, bis der Ruhe vorbei ist, kein weiteres Video zu mir hochladen. Das stinkt dir so. Also, zum Thema Skyrim. Ich hab ja versucht, die Vampir-Quest zu machen, aber es hat ja wieder geklappt. Ich glaube, ich weiß ja, dass jemand an der Schule ist oder nicht nur, wie er das, ähm, Ding ist. Hatte ich jetzt schon angenommen haben und deswegen wird die, deswegen wird der Bug wohl leider bleiben. Mh. Ehm. 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 Also gut, äh, wie schon gesagt, wenn ihr euch gerne noch mal vorn anfangen soll, schade, dass ihr euch noch mal vorn und lasst euch einfach deaktiviert, damit ich die Abilie-Quest auch machen kann. Oh, ich wollte einen Gefährten machen und dann mal versuchen, als Berofy der erwachten Husky mitzunehmen, denn ich glaube, als Menschheit ja vielleicht noch hin, würde ich auf jeden Fall ausprobieren. Weil ich mich kein Husky raus hätte, aber lieber ein Vampirfest wäre. Also von da, also bei Husky, wenn ich keinen Husky bekommen kann, ist er halt so. Obwohl, glaube ich, ist bestimmt noch ne Motz, von da her. Oh. Ja. Ich bin da, dassel. Ok, also da hab ich von vorhin rausgekommen. Also jetzt noch mehr. Also wir werden die, wie ich jetzt zumindest nicht habe, aber ich hab an. Diesmal wäre ein Zielfernrohr, aber keine Sorge. Wenn wir im Aquarium sind, dann werde ich mit den Klima weitermachen, die ich auch vorher hatte. Keine Sorge, ihr habt den Aquarium gespeichert. Ihr seht jetzt auch, dass wir jetzt hier ein Zielfernrohr, aber das Aquarium wird jetzt dann wieder weg, falls sich dann auch über drei Bespielen muss. Und ich hoffe hinterher, ich würde gerne nicht wissen, wie es mit Ellie weitergeht. Was zum Teufel? Ja, direkt in einen Abgrund. Sie führe dich. Super. Ja, super. Sollen wir hier. Ah, Pillen. Ja, das ist ein Zeug. Ach. Ich weiß schon, ob wir mal essen oder was anders ist. Was ist denn jetzt hier drin? Ok. 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 Der ist ja nichts. Das ist ja sehr schade. Oh, die Schneider ist okay. Was war? Er wird sich gleich Wegen der Stammeliebens Wichtig Ich hatte einen Beißer von vorhin, da habe ich sie ja vorhin schon gesehen, der hat euch verbrannt Ich habe die Beute geschlagen, wenn wir euch das jetzt nennen sollen Ähm Eins, ja Aber sie ist auch nicht so schlimm Ach, doch Scheiße, ich hab dich da mal So, okay Das klingt sehr gerne, aber auch richtig Super So 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 Okay, an die Wahl Rechts oder links Ich glaube nicht mal links Aber ich bedenke, hier ist das Dieser Held ja jetzt weiter So, ich will ja mal rechts Ah, Eich So 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 Aber hier geht's So Was ist hier? Ah Haben wir Pillen Aufpilsen auch Pillen Kalk So 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 Okay Okay So 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 Ja, wo? Ja, wo? Ich bin der Klingel. Ich bin der Klingel. Okay. Läge ich das. Mach ich so. Okay, so we can get faster. So. So. Okay. Just type here. So, okay. Just type here. So, okay. So, okay. We're here. We're here. No, we're here. mal. Haben wir ja schon. Okay, also gehen wir weiter. Oh Mann. Hm, was ist das? Heide Propheten, bitte, also durch die Wurde bitte gewähren könntest du bitte geht. Vielleicht ist es unmöglich. Warum, also warum, warum bestreiten, wenn sie eigentlich so geschickt, frage ich mich. Vielleicht ist es unmöglich, worum ich bitten möchte, aber ich muss dich bitten. Sehe dir die Wurde mit deiner Erkenntnis, deiner Weisheit, deiner Liebe. Ob das sie in selbstwürdigen Wegen abschauen, ihr Waffen niederlegen, möglichst zu Frieden die Welt bringen. Ihr wollt Frieden? Kein Thema. Bleibt auf eurer Insel. Kein Dank für deine Nachricht. Ihr könnt es kaum erwarten, mich wiederzusehen. Ich höre immer noch die Scar, Prophetin. Ich habe dir das noch nicht erzählt, aber bei meiner letzten Schicht habe ich dir geredet. Ich habe sie gefragt, warum sie das gemacht, warum sie aber neun nicht einfach saßen, die Waffen niederlegen sollen. Die Fehler mit dem üblichen Skam ist anders, bis zurück aus der Natur müssen, als wir uns zu sie auf Erschienen passen und so weiter. Da hat sie gesagt, dass sie keinen Krieg will und dass der Tag des Ausbruchs ein Weckruf war. Da habe ich alle gebraucht, sind so oder so ähnlich. Es wurde gerade interessant, als der blöde News reinkam und mich angemacht hat, wie auch immer das ausgesprochen wird. Weil ich mit ihr geredet habe, weil ich mit ihr geredet habe, weil ich mit ihr geredet habe. Aber als sie angeschrien hat sie, hat sie ihn nur angehielt. Sogar, als man sie in eine andere Serie hat und die anderen Wachen sie beschifft und herumgeschubst haben, hat niemand zu sich gelächelt. Es war unheimlich. Als sie sah, dass sie verrückt ist. Aber ich sage dir, Was, seit ich mit ihr gesprochen habe, verstehe ich, was sie meint. Aber ich bin nicht falsch. Ich glaube, dass ihre Anhänge teuchtet sind, aber sie hat etwas an sich das einpackt. Ich habe gehört, dass man sie jetzt nicht an den Ort bringen will. Wenn ich uns haue, sehr vorsichtig. Sorry. Isaac. Fuck. Durch dich wurde eine Verrückte zur Märtyrerin. Ich bin ebenso. Ich bin einfach. Entweder. Ich habe etwas über die Angelegenheiten. Ich habe etwas über die Angelegenheiten. Und ich habe etwas über die Angelegenheiten. Wenn ich mich verriebe, bin ich mir mit. Oh, ich bekleue. Ich habe es. Ich habe einen Schuh. Ich habe, der Kamm, der Kamm für den Angelegenheiten. So, unsere Hitze hat vierer kaputt, die Beichtstange geht nachher, also geht er fünfmal kaputt, daher nehmen wir dann die Beichtstange jetzt mit. Ähm, die Farbe ist nur wo entlang jetzt. Ah, ich glaube die Farbe ist die Perla antwortet. Ich weiß nicht, dass wir hier sind. Ich weiß nicht, dass wir hier sind. Hier ist der Klamm. Hier ist der Klamm. Oh mein Gott, das ist jetzt hier, da haben wir ja Ja. Jetzt erst lange und sie ist eigentlich egal, wir sind ja nur hier durch zum Aquarium. So, dann glaube ich, dass es alle wird, dann glaube ich, dass es uns, dann, dann glaube ich, ich kann gleich wieder los sprinten, um entdeckt zu werden, glaube ich, sieht nicht so aus. So, dann geht es um, ein Wunsch! Halt die Scheppe! Ich will auf die Heidelweide spielen, was sie da haben. Na ja, verschwunden! Jetzt genauer Absuch, der kann nicht mein sein. Keine Spur von ihr. Oh mir, ich habe mich nicht gesehen, dass ich mich nicht gesehen habe. Ich habe mich nicht gesehen, dass ich mich nicht gesehen habe. Ich habe mich nicht mehr gesehen, ich habe mich nicht mehr gesehen. Ah, sehr schön. Da habe ich noch viel Finsel. Da habe ich noch ein Laufes, da habe ich noch ein Stück Durchgangs gehabt, von daher kann die Laufes nicht möglich sein, würde ich mal schätzen. Okay, ich habe noch ein Laufes, da habe ich noch ein Laufes, das ist okay. Ok. Obwohl ich eigentlich besser ausdrehen würde. So. Kabel. Wenn man in der Fieden ein Kind zuwegekommt, ist es zuerst eine leere Schiefertafel. Drei ist Potenzial. Du hast dieses Potenzial mehr als erfüllt und alle meine Erwartungen übertroffen. Ich bin entschuldigt, dass ich bei deinem Initiationsritus nicht dabei war. Was mein eigener Vater damals als Brennen auf meine Wangen mit eingeweichten Eukalyptus begrenzt hat. Ich werde den Schmerz vergessen. Alle Narben werden sich immer an die Weisheit unserer Propheten erinnern. Ähm, wenn ich mal. Die kommen immer zum Winter in die Wangenbeine bekommen auf den Narben. Ach du Schande. Wir haben eine Regulatur, also machen wir uns auch in ihren Augen unvollkommen. Mögen sie sich durch den Sturm seines Lebens führen. Mögest du immer eine wahre Stärke finden. Ich bin sehr stolz auf dich. Dein Vater Ezra. Na du Schnelliges Glas sind sie aber echt krank. So. Na also. Jetzt muss ich nur noch runter zur Straße. Okay. Okay. Ich packe das. Hm? Ist hier? Da kriegen wir uns dafür dann. Ich weiß nicht, dass wir wahrscheinlich die Midi-Kids wollen. Ich weiß nicht so. Ich weiß nicht mehr was für das andere hier brauchen werde. Ich weiß nicht. das Gewehr, von daher... Aber eigentlich ziemlich gut, würde ich sagen. Ob wir auch zwei Einfallwaffen oder zwei oder vier Einfallwaffen bekommen? Ja, aber da bin ich vielleicht halt so. Also, sollen wir auch nach den Ausreißerinnen suchen? Emily führt bei Sonnenuntergang einen Trupp in den Wald. Sie findet sie. Gut. Möge die Prophetin gerechtigkeit walten lassen. Möge sie als Beispiel für andere dienen. Hast du Angst? So. Kann ich bei dir. So. Was ist denn? Seien sie. Wiss! Ok, der ist ein bisschen wüt gelaufen. Schuss! Schuss! Ein Wurf ist hier! Hier drin! Lass uns nicht! Nein! No! Nein! 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 So, dann wieder einmal erst. Und hier ist Eilis. nicht WDR mediagroup GmbHR Oh. Alles klar! Jetzt bin ich auch schon los. So. Jetzt erstmal. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Jetzt ist der Fall wieder raus. So. Und Scheiße. Okay, warte mal. Was ist die Besserung haben wir eigentlich zur Erkühlung? Mit der Gesundheit. Dann hast du ja auch jetzt gebrauchen. Wollen wir das auch mal? Wollen wir das noch? Wollen wir das noch? Wollen wir das noch? Wollen wir das noch? Und... Das wäre ja unbedingt, aber ich weiß ja, wenn wir gebrauchen. Aber dafür haben wir nicht genug. Aber dafür... ... dafür auch. So. 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 Was ist das? Ich bin ein wenig zu sehen. Ich bin ein wenig zu sehen. ja 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 ach ach ich will rüber springen Du bist so ein Schmännchen. Jetzt haben wir es geschafft! Wow! Ich hab diesen Gehirn gefeiert. Wow! Ich habe den Gehirn gefeiert! Oh, das war's. Ich weiß, dass ich in da bin. So, okay, ich bin jetzt. Wo ist der Wölf? Ich wollte die Fasche erkannt. Ja, die hier wirkt, aber... Ich hoffe, dass ich sie nicht mehr schraubt. Ich habe mich nicht mehr schraubt. Ich bin nicht mehr so, dass ich die Fasche nicht mehr schraubt. Soll ich... so aber Ruhmischkei Ha das letzte auf mich was das letzte gewesen da so ah jetzt werden nicht mehr alle so so jetzt runter jetzt muss ich runter zur straße so weiß ich nicht machen ja ab 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 lam ab Hey. Hey. Ist alles okay? Ja. Schlechtes Timing? Nein, nein. Und was gibt's? Gibt es Befehle? So ähnlich. Weißt du was? Jetzt laden wir mal. Den anderen Spielstaden, den war ich ungefähr genauso weit, wie wir möchten. Wir möchten ja, dass wir mit den alten dann weiterspiegeln, nehme ich mal an. Das war ja hier. Das war das hier. Bin ich mir sicher, dass der Spielstand hier war. So. Wir machen also mit den alten dann weiter. Also mit den Waffen, die ich da hatte und so. Weißt du was? Wie wäre es, wenn wir Isaac einen Moment mal vergessen? Wann warst du das letzte Mal hier? Seh dich um. Sieh dir alles an. Schöne. Was hast du gemacht? Tessisch. Na ja. Ein paar Pflanzen entfernt. Gestrichen. Ich bin das. Ich. Draußen mit Mel. Ah ja. Ich hatte den Pils. Hätte ich den Kontrollbeweg, geht sie auch diese, ich sag dieses Spielzeug. Ja, das hatten wir dir ja getötet. Habe ich jetzt eigentlich was marz. Im Gegensatz zu mir. Oh, hinter deiner harten Schale steckt auch ein weicher Kern. Dein schlechtes Gedächtnis. Selektives Gedächtnis. Ich kann ja auch Ziehbung machen. Du überstreichst doch nicht etwa Max Wandbild. Ich verschönere es. Das ist echt ein Aufstieg von Firefly Graffiti. Oh, hast du schon von dem neuen Firefly gehört? Ex-Firefly. Tja, sie hat gehört, dass sie sich in Santa Barbara sammeln. Hatten sie auch irgendwelche Beweise dafür? Nein. Ach echt? Abigail? Was wird das? Du bist der Einzige, der mich so nehmt, weißt du? Hast du Bogenschießen geübt oder sowas? Oder sowas. Tja, sie sind noch so alles. Oh. Das ist tropisch. Wo hast du das her? Weißt du noch der Partyladen am Highway? Es war ganz schön schwierig, das Ding bis hierher zu kriegen. Da habe ich ihm. Bisher ist wohl lächer. Abby, komm wieder runter. Wieso? Versteckst du was? Ja, ich glaube, du hast das hier unten noch nicht genug gewürdigt. Komm schon. Hm, okay. Oh, das sieht... ...kompliziert aus. Nicht anfassen. Ist das ein Wissenschaftsexperiment? So ähnlich. Ich stelle selber Schnapps her. Oh. Sei nett, dann kriegst du welchen. Ich Glücksfels. Da habe ich wohl viel Klappener zu sein. Da ich würde sagen, so als Zeit... ...kann mit der Schuss aber eine ganz andere Abwechslung sein. Was ist das? Alles ist ein Bogen. Geiler Kills. Oh ja, Mel und ich machen hier einen kleinen Wettkampf. Oh, äh, ich glaube nicht, dass dir das Spaß macht. Es... ...es ist ziemlich kompliziert. Ich weiß, was du da machst. Und es funktioniert. Die Regeln? Okay. Was steht hier? Siehst du die Scheiben? Ja. Triff möglichst viele, bis die Zeit um ist. Wenn ich gewinne, schreibst du meinen Namen da dran. Na klar doch. Sei ganz locker. Nummer eins. Ich bin stolz auf dich. Ah. Zwei geschafft. Aber noch nicht alle. Wow. Isaac, wer beschämt. Oh, gut gemacht. Heilige Scheiße. Fünf. Was geschafft, Erbsen. Mach doch nichts. Es ist wirklich eine irre komplizierte Technik. Du bist so ein Arsch. 30 Sekunden. 30 Sekunden. Hey, Vorsicht mit der Kunst. Was? Davon wird's nur schöner. Wo ist denn noch eine? Wo ist denn noch eine? Na, wir treffen mal nicht. Ich sehe hier keine mehr. Noch 10 Sekunden. Hä? Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ich hätte es fast geschafft. Oh, so knapp. Aber? Schreib die Punkte an. Nächstes Mal wird's besser. Mach ich später. Oh mein. Hast du Angst, dass Mel rausfindet, dass ich hier war? Was? Nein. Das ist dir egal. Dann schreib meine Punkte an. Okay, wie, okay, wie viel habe ich denn getroffen? Neun. Ah, wo ist die Zielscheibe? Eine Sache, die ich dir zeigen möchte. Kann ich jetzt nach oben? Ja. Ist das die Leiche des Kapitäns? Die habe ich schon gesehen. Hast du ihm eine Weihnachtsmütze aufgesetzt? Was? Nein. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Das ist sogar noch cooler. Komm schon. Keine Ahnung, woher die Zielscheibe, die ich nicht getroffen habe. Boah, die beiden. Es waren mehrere von den letzten also. Wenn ihr wisst, woher ich das Zielscheibe gesehen habe, schreibt es in die Kommentare. Allerdings merke ich gerade, das Video ist jetzt um. Also würde ich mir sagen, dass ich den der Schnellbesten jetzt malen. Ähm, ein Cut mache. Das ist der nächste Video. Bis dann Leute. Ciao.